Ja, da ist oben. Ja, und ich kann dir gar nicht sagen, wo. Oh, ich krieg Schaden. Du Arsch. Warum hast du mir Schaden zugefügt? Hallo. Vorsicht. Ja, ich habe dir noch fünf Leben oder so abgezogen und du ballerst mich auf. Drei Millionen runter. Ich habe auf dein Schild geschossen. Das ist meine Schuld. Hä, wie konntest du mich töten? Was ist da hinter dir? Du hattest Team umgekehrt. Du hättest mich nicht töten können. Ich bin aufgelaufen jetzt. Letzter verbleibender Gegner. Jo, danke Rinka. Bitte. Oh, los. Ja, ich habe da meine Rache. Ich habe sie. Oh Mann. Oh, Rinka. Nicht erster. Das ist ja so peinlich. Was war das für ein Ziel, Rinka? Ganz ehrlich. Oh, da hat Rinka einfach unser Dreier-Team komplett ausgelöscht. Sie hat mich getötet, sie hat dich getötet und sich selbst durch die Team-Umkehr. Oh mein Gott. Oh, herrlich. Oh, doch noch eine Runde. Oh, du Scheiße. Ich muss aber jetzt los. Warum? Äh, ich habe auch keinen Bock mehr. Aber ich habe... Fink mehr? Mhm. Geh gar nicht. Nein, ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch ganz freundlich. Ne. Also, ne. Ach komm, jetzt kommen wir nicht wieder so auf Wiedersehen. Bis später. Ja, die muss jetzt singen, weil heute erster Advent ist. Jo, du auch. Warum muss ich singen? Hab dich von Kamakon gemeldet. Alle Jahre wieder. Okay, das reicht glaube ich als Abmeldung. Gut. Mach's guti. Tschüss. Na gut, allein da ja auch keinen Bock mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr da so bei gewesen habt.